Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2011. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche natürlich zunächst erstmal allen Nachtzug nach Hamburg-Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ich drücke euch die Daumen für ein gesundes 2022, ein glückliches, ein zufriedenes und was auch immer ihr euch wünscht 2022, nachdem es ja wieder ein Silvester war, was doch ein bisschen anders gelaufen ist als die meisten Silvester, die man in seinem bisherigen Leben so erlebt hat. Bei mir war es diesmal in Athen und hier in Athen gibt es ja seit ein paar Tagen zusätzliche Restriktionen, da sich die Omikron-Variante ausbreitet. Es darf keine Musik mehr gespielt werden. Restaurants müssen um Mitternacht schließen. Zu Silvester war es ein bisschen ausgeweitet. Da durften die Geschäfte beziehungsweise Restaurants bis zwei Uhr nachts offen halten. Und für mich besonders interessant war, dass hier immer noch überall Weihnachtslieder laufen. Obwohl Weihnachten ja eigentlich schon vorbei ist. Selbst heute am Neujahrstag läuft überall Weihnachtsmusik in der Stadt und gestern hatten die Geschäfte auch wirklich bis zur letzten Sekunde geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob die Leute an Silvester noch Weihnachtsgeschenke kaufen in Griechenland. Ich kenne die Sitten und Gebräuche dafür hier zu wenig. Aber alle Geschäfte offen. Und wir, das heißt Freunde aus Hamburg und ich, haben dann in einem Restaurant draußen gesessen. Und man ist ja hier praktisch, man verbringt sein Leben ja irgendwie draußen. Auch die Restaurants haben draußen überall unglaubliche Installationen, damit man nicht frieren muss. Teilweise festverlegte Gasleitungen über den Köpfen der Gäste, wo dann diese Heizungen alles voll Bollern mit Wärme oder auch Heizpilze, die neben die Tische gestellt werden. Unser Tisch mit vier Personen hatte zwei Heizpilze, sodass wir wirklich überhaupt nicht frieren mussten. Ganz im Gegenteil, wir mussten unsere Jacken ausziehen, damit wir in der Hitze nicht weggeschmolzen sind. Und dann haben wir da gegessen und gegessen und gegessen. Und auch ein bisschen was getrunken natürlich. Allerdings, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben ja beim Griechen gefeiert. Es gab keinen Sekt. Wir haben also um Mitternacht angestoßen mit Uso. Ansonsten haben wir uns an Wein gehalten, um den Abend zu verbringen. Und keine Musik, das war verboten hier in Athen. Es durfte nirgendwo Musik gespielt werden. Allerdings am Nachbartisch haben welche gesungen. Das konnte man scheinbar nicht verbieten. War jetzt nicht so ein toller Gesang, aber immerhin war es ein bisschen musikalischer Untermalung. Und um Mitternacht, was ja in Athen eine Stunde vor Mitternacht in Deutschland stattfindet, da wurde dann mal kurz ein bisschen geböllert. Aber ich glaube, es war mehr das offizielle Feuerwerk über der Akropolis, welches man gehört hat. Und wenige Minuten später war dann auch schon Ruhe. Und da eben es danach nicht in den Clubs der Stadt weiterging und so ein exzessives Feiern eingesetzt hat, was ja häufig Silvester passiert, wenn man dann zum Beispiel in Hamburg feiert, dann nach der Privatparty noch auf die Reeperbahn geht und dann bis in den Morgen rein feiert und säuft. Weil das alles ausgefallen ist, war man natürlich zeitig im Bett. Ich habe dann tatsächlich noch bis ein Uhr hiesiger Zeit gewartet, damit ich zu Hause noch allen lieben und frohes Neues wünschen konnte. Und dann war man anschließend schon im Bett. Und man hat ja dadurch, dass man weniger getrunken hat, war man auch früh auf den Beinen. Und wir wollten dann heute hier so einen kleinen Tagesausflug machen. Allerdings haben uns da die griechischen Verkehrsbetriebe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir kamen also zum Busbahnhof hin. Um 10.30 Uhr sollte der Bus losfahren und zwar an die Küste zu einem Kap. Ich weiß jetzt nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, aber da soll es unheimlich toll sein. Da soll es einen alten Tempel geben und da soll man einen fantastischen Sonnenuntergang besichtigen können. Aber wir kamen zu diesem total vergammelten Busbahnhof hin und die Busse standen praktisch in den Startlöchern. Die Busse waren genauso vergammelt wie der ganze Busbahnhof und sie waren auch in exakt den gleichen Farben lackiert. Und der Rost, der hat auch so praktisch synchron eingesetzt bei den Burhausungen und bei den Bussen. Also alles ein bisschen runtergekommen und es kam auch kein Busfahrer um 10.30 Uhr. Wir waren also völlig für umsonst dort. Kein Schild weit und breit, was darauf hingewiesen hat, dass am 01.01. die Busse nicht fahren. Wie auch immer haben wir dann den Tag anders gestaltet. Unter anderem mit Spaziergängen durch Athen, Kaffee trinken, relaxen und einem wirklich wunderbaren Sonnenuntergang an einem anderen Berg. Den hatten wir diese Woche schon mal besucht. Es ist gegenüber der Akropolis und der Sonnenuntergang hinter der Akropolis, der gewissermaßen ist unglaublich schön. Die Leute haben das ein bisschen andächtig verfolgt, ein paar haben sogar applaudiert, als die Sonne untergegangen war. Und dann erklangen, ich würde mal sagen, zwölf Kanonenschüsse, die ein bisschen unvermittelt kamen. Also der erste Schuss zumindest, da sind alle zusammengezuckt. Ein paar Autoalarmanlagen unten in der Stadt sind angesprungen durch die Druckwelle. Keine Ahnung, ich habe im Internet nichts dazu gefunden, warum man hier also diese Kanonenschüsse abgegeben hat. Und nachdem das Spektakel dann vorbei war, ja noch ein bisschen durch die Stadt spaziert zur Pferderennbahn hin, die extrem gut erhalten oder wieder aufgebaut ist. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall im abendlichen Licht, auch von LED-Scheinwerfern, wunderschönen Szene gesetzt. Unglaublich toll. Unglaublicher Haben. Unglaublich elegant vielleicht sogar. Also wirklich eine schöne Anlage. Da kann man sich fast nicht dran satt sehen. Und dann sind wir jetzt hier wieder in unserem Airbnb eingetroffen. Und gleich gehen wir mit Freunden in eine Bar auf einen Dachgarten und schauen uns die nächtlich erleuchtete Akropolis an, werden ein kleines Gläschen trinken. Und anschließend geht es dann Essen in eine Restaurant-Empfehlung von Freunden. Bin mal gespannt, wie das wird. Das war es auf jeden Fall für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.